Mein Name ist Arthur Frey und ich kandidiere auf Listenplatz 2 für Junges Freiburg. Mein politisches Engagement begann an der PH, wo ich seit vier Jahren für die Studievertretung tätig bin. Diese Zeit hat mich sehr geprägt, da ich lernen durfte, wie erfüllend es sein kann, wenn man sich organisiert, um die Partizipation junger Menschen an politischen Prozessen zu ermöglichen. Ich trete für Junges Freiburg an, weil ich dafür sorgen möchte, dass die Anliegen junger Menschen einen direkten Weg in den Gemeinderat finden. Zentrale Themen sind für mich hierbei die Ermöglichung und Förderung kultureller wie politischer Teilhabe junger Menschen, sowie bezahlbares Wohnen, Erhalt und Förderung des Nachtlebens und nachhaltige Mobilität. Zudem möchte ich dafür sorgen, dass Freiräume für Kultur erhalten und erschlossen werden. Meine Zeit in der IG-Subkultur hat mir gezeigt, dass man gemeinsam Dinge erreichen kann, die man sich vorher nicht hätte vorstellen können. Mir ist es daher wichtig, dass schon in der Planungsphase des neuen Stadtteils Dietenbach Räume für Kultur mitgedacht und später mitgebaut werden. In den sechs Jahren, in denen ich nun in Freiburg lebe, habe ich die Stadt als offen, tolerant und reich an kultureller Diversität kennengelernt. Mir ist wichtig, dass die Stadt so bunt, offen und aufregend bleibt, wie ich sie kennen und lieben lernen durfte, damit auch folgenden Generationen eine gute Zeit in Freiburg ermöglicht wird. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich bei der Wahl am 26.05. mit drei Stimmen unterstützen würdet.